Hey, yo, was geht? Was geht? So, ein Wunderschön. Hola, hola, schön dich zu sehen, Jan. Ja, freut mich. So. Ich hab einen richtig heftigen Plan. Okay, erzähl mal. Wir werden jetzt sieben Mann zusammen trommeln. Ja. Okay. Dann werden wir uns in Fahrzeuge setzen, dann vor die Fahrschule fahren. Ja. Und die Leute, die vor die Fahrschule stehen, nehmen wir dann hoch und laufen in die Fahrschule rein und nehmen die als Geisel. Ich bin sofort dabei, Dinger. Ja, ich auch. Ich bin sofort dabei. Wir brauchen jetzt noch vier... Ah! Auch nicht viel. Amigos, das ist ein richtig heftiger Plan von euch. Ja, ja. Ich will nicht Fahrschule stürmen. Wir ficken die wieder. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ihr seid jetzt im Fernsehen, Freunde. Schaut mal. Ihr seid im Fernsehen. Ihr habt's geschafft, Freunde. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es zusammen mit mir geschafft. Heute hier ins Fernsehen zu kommen, Freunde. Ja. Ich möchte, dass ihr jetzt alle mal eure Mama grüßt. Los. Geht alle hin. Grüßt eure Mama. Ja. Ihr seid alle im Fernsehen, Freunde. Ihr habt's geschafft. Ich freu mich für euch, Freunde. Wirklich. Ich freu mich. Ich freu mich. Ich meine, außer wir schießen nicht. Alles klar. Okay. Direkt vor den Faschen hintereinander aufrein, ja? Ja. Vor der Faschen hintereinander. Ja, ja. Äh, das ist das Auto von meinem Sohn, ne? Der hat sich da zurückgekommen. Ach. Victor, eure. Komm, steig los. Lang auf hier raus. So, sie nehmen die Hände hoch, sonst erschießen wir sie. Haben sie verstanden? Sofort. Die Hände hoch. Also, wenn sie die Türen jetzt nicht aufmachen, sterben die Leute hier draußen. Können sie sich jetzt aussuchen. Machen sie die Tür auf, sonst sterben die Leute hier draußen. Machen sie die Tür auf, sonst sterben die Leute hier draußen. Mach die Tür auf oder die Leute sterben hier draußen, du kleine Fotze. Machen sie die Kinder. Unglaublich. Ja, wie? Die fahren einfach, sie laufen einfach rein. Ihr seid nur in der Sonne, seid ihr da drinnen. Nur in der Sonne. Wie kann das sein, dass in den Faschen überall anfangen, dass alle reinhalten. Das ist normal. Oh, komm, dann lass mal schnell wegfahren, dann kommen wir gleich wieder, Alter. Ja, mein Name ist vorher. Fahrt schnell weg, dann kommen wir gleich wieder. Komm. Einfach hier um die Ecke los. Wir fahren jetzt Richtung Biscucci, Jungs. Biscucci, alte Vagospario. Alte Vagospario, los. So lächerlich. Ey, was war das? Die sind einfach alle reingelaufen. Egal, egal. Ist mir scheißegal, wisst ihr? Ich sag euch jetzt hier reine Ansage. Ich werde diese Fahrtschule heute den ganzen Tag durchführen. Ich werde die so terrorisieren, das wird meine Aufgabe. Ja, passt auf, Digga. Wir nehmen jetzt 10. Wir nehmen jetzt 10. Wie schlecht sind die Fahrt, wie schlecht ist. Wir werden die so ficken, die Leute, Alter. Ja. Da bin ich dabei. Vanilla Unicron, 2.0. Ja. Ihr Schweine. F. Nein. Nein. Digga, nein. Ey, schubs mich um. Nein. Ich schubs mich. Ich schubs mich. Ich schubs mich. So nehmen wir bitte einen anderen Fahrrad wegnehmen, bitte. Na, mach, fang raus. Fickte Scheiße. Verdammte Scheiße. Er hat noch einen Platz frei im Auto. Wir sind nach oben, glaube ich. Ey, wir müssen das hier aufschweißen. Brech das auf. Ja. Es geht nur mit Brecheisen. Ich glaube das nicht. Ey, warum hast du denn nicht beides geholfen? Tür ist auf, Tür ist auf. Mann, hör doch mal zu, wenn ich sage, ich habe nur ein scheiß Schweißgerät geholt ab. Digga, jedes Mal selber, Alter, dass du nicht zuhören könnt, die Eierkörper. Ja, aber warum holst du auch nur? Alter, Digga, das ist gleich, als wenn du mit so einer Stirn weißt. Ja, weil ich der Meinung bin, dass wir nur vorne rein mussten. Aber was kann ich denn dafür, dass die Gurkentruppe stehen? Er weiß, dass die da hochgehen, Alter. Mann! Wo sind die? Haltet mal bloß eure Fresse, wirklich. Ihr seid die dümmsten Leute, die ich je kennen. Wirklich. Ihr seid einfach so dumm. Ihr seid zu dumm für alles. Einfach mal auch zuzuhören. Der andere denkt, ich gehe mich umziehen. Obwohl ich sage, was ich tue. Man holt doch immer beides, Fusco. Man holt immer beides, Digga. Dann mach die Scheiße jetzt mal alleine und plane irgendwas. Ja, mach ich jetzt auch. Ich hol jetzt beides, okay? Wollen wir hier warten? Och Mann, ey. Wollen wir hier warten? Langsam machen wir uns echt lächerlich. Egal, wir warten hier. Egal, wir chillen hier, oder was? Bleibt einfach hier. Okay. Kommt hier hinten zur Garage und mach mal was. Jack, hol du ein Ding. Jack, ich bin vor dir. Jetzt hier links von dir. Gib mir das Auto. Gib mir das Auto. Wofür brauchst du Auto? Ja, ich muss ein Brecheisen holen. Ja, so. So, Jungs, wir sind... Oh, Digga, der Motor ist aus. Mach den Motor an. Und dann geht... Sonst schwimmt auf die andere Seite. Da seid ihr auf jeden Fall safe. Ich komm mit dem mit, ja? Ich höre die Polizei. Nicht losfahren, sonst wird geschossen. Aussteigen. Hä? Wo schießen Sie? Hallo? Ich habe einfach mein Auto ausgehoben. Hä? Hä? Ich habe gerade Euker überfahrt. Äh, hier wird geschossen. Digga, ich werde verfolgt von FAB. FAB-Polizei überall. FAB verfahrt. Jack, 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 fahr weg. Ja, ich versuche. Boah, Digga, der... Lambo fährt aber auch so scheiße, Digga. Äh, kommst du weg? Ja, ich komm weg. Nein, nein, ich bin nicht drin. Nein, bist du bei der Fahrschule unten? Ja, ist er. Ja, da bin ich, da bin ich. Ich schaue mich dran. Versuch mal, versuch mal mit Auto vor Tür zu gehen. Komm, wir laufen. Dein Auto ist da einfach nochmal hin, komm. Ja, lass mich laufen, lass laufen. Nein, nein, mit Auto. Was denn jetzt? Mit Auto los. Ja, dann, let's go. Fahr links lang, fahr links lang, nicht den langen Weg. Fahr da dir einfach runter. Die sind jetzt alle vor der Tür. Die laufen schon wieder. Die laufen schon wieder. Sofort stehen wir mal rein. Sofort stehen wir mal rein. Sofort stehen wir mal rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist Jack ein. Oh mein Gott, sohundeskripp. Was macht der eigentlich? Oh mein Gott. Hey, warum schießt ihr auf mich? Hallo? Warum sch- Jack, Jack, komm hier rauf. Jack, komm hier rauf. Jack, du darfst nicht schwimmen. Jack, du darfst nicht schwimmen. Jack, du darfst nicht schwimmen. Ja, ich darf schwimmen. Der Auto brett. Ja, ich darf schwimmen. Ich fühle dich da, wie ich schwimme, um auf die andere Seite zu kommen, Digga. Digga, wir sind einfach schon wieder weggekommen, Alter. Wir sind schon wieder weggekommen. Oh, Digga, Alter. Wie viele von uns sind draufgegangen? Tasty, hört ihr mich? Ja, ich hör euch. Ja, Tasty weg, glaub ich, du. Da kamen auf einmal 10 Swatner raus. Ja, ich auch, ich war direkt in den dritten. Junge, ich hatte so Nasenbluten, so viele Nasenbluten hatte ich seit lange nicht mehr. Ich hab zwei Leute umgeballert, ne? Digga, wo bist du? Ich bin ja hier in dem Autobahntunnel. Oh, nein. Oh, ich hab mich fast gerippt. Gut, dass ich, Alter, oh mein Gott, war das knapp. Ich wär einfach so gestorben, Alter. Gut, dass ich auf diese, äh, Starkstrom-Dings gelandet bin. Ph abort zur dreie? G ответ. Nein, nein, nein. Wir sind so gestorben, Pfizer oder.